Pilon Cooper, Anderson ist tot. Doch wenn wir den Kontakt mit der Flotte wiederherstellen, können wir seine Mission abschließen. Der Interstellarsender dort kommt wie gerufen. Und wenn wir nicht rechtzeitig dort sind? 40 Millionen Seelen auf dem Planeten Harmony sind verloren. Wir müssen SRS-Commander Sarah Briggs informieren. So, und damit, hallo und herzlich willkommen, hallo bitte. Zurück zu Titanfall 2. Das ist jetzt schon ein bisschen länger gewesen, als ich das letzte Mal ein Video aufgenommen habe. Und ich hoffe, ich weiß nicht, wie man spielt. Ja, ich laufe dir einfach mal hinterher, du wirst schon wissen, wo du lang musst. Rundenfunk ist jetzt ja auch super in dem Spiel. Hoffentlich habe ich mir Aim nicht von Red verloren. Okay. Hoffen wir doch einfach mal, dass ich es noch kann. Wo denn? Wo sind denn die Gegner? Achso, ich debitte ihn ja. Hallo? Achtung, der Nebel enthält Spuren giftiger Chemikalien. Was ist das für Nebel? Scan, der Bodennebel ist ein toxisches Lebenprodukt des Senders. Ich empfehle Ihnen, ab einem Grenzwert von einem PPM Wolfram Hexafluorid-Schutz im Cockpit zu suchen. Okay. Wir wissen ja, die Waffe hier mitnehmen, also das ist theoretisch passend. Im Kontrollraum des Senders halten sich mit Gizeinheiten auf. Sie senden ein Notsignal. Ich stelle durch. Warte kurz. Wir haben jetzt Eier, haben wir jetzt mal auch neu bekommen. Stimmt, haben wir noch gar nicht benutzt. Und Ronin haben wir jetzt. Eine tolle Schrollflinte. Ja, erwartet nicht, dass ich damit spiele. Ich spiele in der Modus Zone, also bleibe ich bei Zone. Also, ich bleibe dabei. Ach, da drüben. Ich spiele in der Neutralisierung dieser Stalker und nehme dann direkten Kontakt mit den Milizschützen auf. Hä? Irgendwie ein Rekord. Mein 40 Tonnen schweres Chassis Elimidier Stalker verindiziert. Was hat er gesagt? Ich spiele jetzt gerade zu lauter. Oh, den tut machen, den tut machen. Ich höre gerade den Ton selber nicht unbedingt. Also, ich habe ihn auf laut verheiratet. Das heißt, er trifft ihn. Ich würde es stoppen hören. Bedrohung neutralisiert. Gute Arbeit. Der Sieg hat unsere Kampfleistungsbewertung erhöht. Oh. Gut. Ich werde mal ganz kurz was probieren. Ich werde mich jetzt kurz probieren, ob ich den Ton vielleicht über mein Headset laufen lassen kann. Also kann ich das kurz raus und wenn ich es geschafft habe, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Wir haben vier an Miliztruppen. Alle Bedrohungen wurden eliminiert. Okay. Gut. Ja, ich kann irgendwie den Ton gerade bei mir nicht weiter spielen. Das heißt, mein Ton ist nicht so laut. So, ich bin dann mal da. Hallo. Schönen guten Tag. Was ist das? Okay. Käpt'n? Wie ist der Status des Senders? Der Strom ist ausgefallen. Wir haben keine Kontrolle über den Sender. Wir brauchen so ein Teil, um das System wieder in Gang zu bringen. Aber das hier ist kaputt. Gerät. Elektro-Tool. Funktion. Erzeugt bis zu 5 Megajoule Energie. Ja, ja, schon klar. Eine Reparatur? Geht nicht, haben wir schon versucht. Laut unserer Sensoren liegt im Umspannwerk noch eins, aber da kommen wir nicht runter. Dieser Laden wurde einfach nicht für Menschen gebaut. Verstanden. Pilot Cooper, ich rate im Umspannwerk dieser Anlage zu höchster Vorsicht. Sie müssen das Elektro-Tool bergen. Kein Problem. Ich finde es auch schön, wie er sich unterhält. Wir haben da unten schon zu viele Männer verloren. Der Mitarbeiter war ein großer Sieg für uns. Warum fühlt es sich nicht so an? Ich finde es trotzdem lustig, wie er die ganze Zeit reden über dem, obwohl ich ja eigentlich... Ja, klar, danke. Obwohl ich eigentlich ja hier Pilot bin und nicht er. Aber okay, ich mache das. Das war das Leads kennen wir schon, er stand eben schon da. Ah, okay. Also wir brauchen auf jeden Fall diesen Sender, wir müssen ihn wieder in Gang kriegen. Also müssen wir jetzt schon ein komisches Ding suchen. Hoffen wir doch mal, dass wir sicher da durchkommen. Also wir müssen genau hier weitermachen, nur dass hier jetzt die Tür zu ist. So, Mate, was ist los bei dir? Ich kann hier natürlich abschießen, aber das will ich nicht. Ich bin ja ein Elektro-Typ. Bitte melden Sie sich im Sektor Brabusier. Uns geht langsam die Munition aus. Und die Soldaten. Okay. Wir lassen Leute. Die Stalker kommen aus den Wänden. Halt dich auf. Jetzt aber... Wir erwarten weitere Stalker. Halt dich auf. Und die Weite ist da wohl rüber. Ich würde ja theoretisch schon sagen, dass ich da rüber springen kann. Aber glaube ich, was werden die Dinger aussehen? Unser letzter Pilot ist vor ein paar Stunden auch da lang gegangen. Kam nicht wieder. Seien Sie vorsichtig. Ich bin aber nicht der letzte Pilot. Ich bin der letzte Pilot. Machen Sie das. Oder tu das. BT, was ist mit den Wänden los? Scannen. Freiliegende Stromkabel. Wow. Meiden Sie physischen Kontakt und rücken Sie vorsichtig vor. Okay. BT, was mache ich hier eigentlich? Ihre Mission ist die Beschaffung eines Elektro-Tools. Damit können wir die Energieversorgung reaktivieren und den Sender neu starten. Ich habe seine Energiesignatur im Inneren des Umspannwerks geortet. Okay. Gut. Äh. Ach, ich gehe jetzt weiter. Okay, schön. So. 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 Und. So. Gut. Gehen wir mal hier hoch und hoffen doch mal, dass wir hier rauskommen. Oh, boah. Schön. Ausgaben. Ah, Waffe. Panadwerfer, ne? Keiner. Ungefugter Mitarbeiter? Ich bin der einzige Mensch hier. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn sonst noch? Keine Menschen, da ist der Roboter. Ich habe meine beiden Waffen noch. Schön, schön. Okay. Warten wir mal jetzt hier. Du bist ein netter Typ. Mein Autoheim ist natürlich wieder am Stamm, weil wir an Konsolen spielen. Also naja, kann ich das nicht machen. Hä? Ich vergesse die ganze Zeit, dass das ja keine Salvenwaffen ist, wie ich im Online-Modus spiele. Okay. Tschüss. Okay. Nämlich ist es zu verkraften. So, was denn die nächste Gegner? Gut. Ja, ich glaube schon. So, haben wir denn hier noch mehr? Sicherlich. Die Strengengewehr, das nervt mich aber eher anstatt, dass, anstatt es mir hilft. Da ist noch welche. Oh, dort. Oh, nein. Links war aber noch einer, habe ich gesehen. Hey. Eine Granate überlebt man nicht einfach, Mann. Hier noch jemand? Nur die kleinen Hilfrobos. Ah ja, wir können ja auch mal gucken. Wir müssen ja überall Helme finden. Stimmt. Wo es mir gerade einfällt. Ich bin mir sicher, wir haben schon den ersten draußen auf dem Schlachtfeld. Irgendwo übersehen. Aber nein, wir wollen nicht hier gerne 100% Let's Play machen. Ich würde es einfach nur durchspielen und mal die Story so zeigen. Warte. Ach, wo wir gerade davon reden. Schönes Ding. Schön, schön. So, dann und der nächste. Haben wir da gar nicht mehr Probleme mit? Äh. Äh. So. Haben wir das gemeistert? Wenn man von Helme spricht, findet man Helme ein schönes Ding. Ähm. So, wo geht es dann weiter? Ich gehe wahrscheinlich nicht. Da sind Lars. Also wissen wir hier hinten lang. Ähm. Ähm. Jetzt habe ich jetzt eine Hilfe braucht dafür. Äh. So. Geschafft. Was ist das hier? Offenbar handelt es sich bei diesem Ort um das Stromnetz eines Interstellarsenders, der IMC. Das ist ja wie ein Labyrinth. Wie tief geht es da runter? Maximale Tiefe beträgt laut meiner Scans 300 Meter. Oh. Oh. Oh, also runterspringen wir ja nicht die beste Option, die wir machen könnten. Aber naja, weil die gehen wir jetzt mal weiter. Er ist nachgeladen, ist auch nachgeladen. Wir haben aber nicht mehr viel Munition. Wir müssen gleich mal ein paar Waffen aufsammeln von Gegnern. Oh. Rüber. Hoch. Oh, knappes Ding. Und mittig durch. Äh. Ähm. Gegner? Keiner? Okay. Hätte ich jetzt eher erwartet. Noch kurz ein Ton mit der Stimme mir. So. Ist es eine Düse? Ist es hier nicht windig? Ach so, ich soll da... Ja, das Ding stößt mich natürlich nach oben. Das heißt, ich kann natürlich... Ich ziehe da hoch, aber... Ich will erst nämlich umschauen. Hier geht es um ein Stundenhelmchen oder so. Das war der Raum, wenn ich so kurz. Hallo, mate. Was ist los bei dir? Helm. Irgendwo hier. Hier. Vielleicht. Nein. Oh, okay. Noch nicht. Okay, mein Ton ist jetzt doch ein bisschen sehr leise. Hm. Ja, ja, ich weiß. Ich will nur nach Helmen suchen. So wird auch siegen, zieht nichts. Also gehen wir da durch. So. Schön. Äh, wie komme ich jetzt hier durch? Ah, das makes sense. Schön. Oh nein. Überbrückung erfolgreich. Abluft Ventilator offline. Okay, irgendwo war ich noch ran. Keine Angst. Ihr Jumpkind wird den Fall abfangen. Ich weiß nicht, mein Jumpkind den Fall abfängt, aber ich will auch nicht. Jetzt gerade da... Oh. Ja, deswegen. Ich hab keine Angst. Ich will nur... Erstmal gucken, was hier alles abgeht. Vielleicht noch mehr Gegner irgendwo. Okay. Dann. Three, six, you know, Scope. Okay, gut. Hat sehr gut getroffen. Ja, easy. Wieso ist das Ding nicht glühend heiß denn, so wie das schon hier rot leuchtet? Ah, ne. Ich lieg wahrscheinlich da an. Das ist wirklich glühend heiß. Wenn ich dagegen laufe, ist es denn warm? Ah, okay, nein. So, welche Seite müssen wir denn da? Oh, warte, die Tür ist zu, oder? Wenn ich die Tür öffnen kann, über die Konsole, geht's... Ah, Elektro-Tool da vorne nicht. Das heißt, ich muss hier drüben lang. Schön, schön. Keine Entscheidung, also alles da machen. Er hat also... Vergesst noch, ob ich da rüberkomme. Ach, der war das Ding wieder ganz, oder wie? Oh, fast runtergefallen. Wer jetzt gerade nicht gesprungen, hätte es auch schräg enden können. Oder schief gehen können. So, mate, ich muss mir das Ding da... Nicht traurig sein, mate. Nein. Das gefällt ihm nicht. Tut mir leid, ich geb's ja wieder. Äh. Ich weiß, dass das Spiel fort. Das war's schon mal nicht. Wo ist dieser Typ da? Achso. Ah, stimmt. Pups. Stückchen zu. So. So. Okay. Funktioniert. Gut. So. Haben wir das geklärt. Jetzt gehen wir das da drüben schon öffnen beim Vorbeirennen. So. So. Wir müssen hier aber ständig hier hoch. Mates, es tut mir jetzt leid, aber... Los geht's. Party hart. Äh... Oh, ich muss da rüber. Okay, dann gehen wir da mal rüber. So. Ist hier ein Helm irgendwo, können wir mal zu blicken. So, dann gehen wir hier rein. Wir können es ja anschalten. Nö, wir können ja wieder runtergehen und wieder anmachen. Sieht euch jetzt da nach einem Helmversteck aus, wenn man jetzt schon drauf kann. Ja, oder hier ist kein Helm. Ich hab beide... Ach, ich hab das jetzt extra was, wenn ich's mal. Okay. Immer schon nach Helm suchen. Ist natürlich... Wichtig. Ich hab's doch gesagt, ich will kein 100%-Desplay machen, aber... Was wir finden, nehmen wir mit Gästler. Wir können das von hier oben anschalten. Nein, können wir nicht. Wir können's am Flugern machen. Oh, nice. Und... Dreien. So. Helmversteck wurde nicht berührt, Erfolg. Aber Helm haben wir auch nicht gefurten, leider. Ha. Er hat mich einmal angeschossen, ich hab mich einmal angeschossen. Er hat seinen Kopf vorhört, eigentlich nicht. Oh. Was ist das? Oder mehr oder weniger so einer... Wollte ich jetzt mal sagen, ja. Ähm... Sniper? Was soll ich denn nennen? Ah, okay. Da ist eine Turbine. Die kann ich so bestimmt ausschalten, oder? Wenn ich nah genug rankomme, bestimmt. Shit. Das Ding dann so wegfegt nach hinten. Wo bin ich denn durch? Wo bin ich denn lang? Ah. Bleibt dauerhaft an. Hoffentlich. Es geht ja so nicht weiter, gut. Gebt mir hier dann. Und ich werde sich wohl nicht wieder runter. Vielen Dank dafür. Geht nach unten. Ach so, was war da unten hochkommt? Kann ich so an den übertreiben? Die Physik sind aber ganz lustig gemacht, weil es halt so sagen, ich hier noch vorbeigehen nach hinten. Obwohl ich eigentlich noch hinter dem bin, kriege ich doch zum Winter. Aber das macht das hier. Ah, das macht hier oben komplett zu. Aber ich muss, glaube ich, runter, oder? Ja, ich muss runter. Wenn ich jetzt runterge... Richtig? Ah! Solange oben die ausgefahren sind, unten die weg. Weil die ja von oben nach unten fahren, sozusagen. Nein, das war jetzt nicht optimal, weil ich es gemacht habe. Also warten wir, bis sie wieder unten sind. Ja, dann kann ich nicht. Okay, gut. Hier haben wir ein Stück wieder hoch. Muss ich per Hand wieder runterfahren, oder muss ich jetzt warten? Ah. Wie es aussieht, muss es per Hand... Äh, muss es halt automatisch wieder runtergehen. Weil ich kann hier nichts mit anfangen. Es wird ja nicht irgendwie angezeigt, dass wir es machen können. Also warte ich mal. Ich bewege mich nicht, um das jetzt anzumerken. Aber es wird toll, wenn die Dinger runtergehen. Das habe ich jetzt immer schneller geworden, wenn ich gerade... Gehen die Dinger dann irgendwann wieder runter? Ach, ich muss die doch hochfahren. Oh, wow. Ich habe vorgedacht, ich muss die unten lassen. Und jetzt bestimmt ein Helm, oder? Das gehen wir kurz nachschauen. Wir haben ja Zeit. Wir wissen jetzt, wo wir lang müssen. Aber wir können ja auch nicht... Oh, wow. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir wissen nicht gefährlich, so wie es aussieht. Doch, nicht. Aber hier ist ein bisschen warm, Jungs. Wie soll ich mich mal abkühlen lassen? Mal alles runterfahren und abkühlen lassen. So, so wie es aussieht, muss ich hier rüber. Und dann komme ich wieder nicht lang, okay. So, wo muss ich lang? Ich muss hier hin. Ich muss hier hin. Ich muss hier hin, das ist langer. Soll das gehen? Ja, das muss gehen. Okay, das funktioniert. Wann sind wir weg? Okay. Ich habe einen Treibpunkt. Was heißt, hier gibt es Gegner? Wollte ich gerade sagen. Und... Ah, eine Hemlock. Die benutze ich im anderen Modus im Moment. Schönes Ding. Mit der Munition dafür. Hier überhaupt eine Waffe. Er hat wahrscheinlich Hemlock Munition gehabt. Oder warte da. Da war doch was. Was ist das nochmal? Nee, das ist nicht jetzt dumm. Ich bleibe mir bei der komischen Trottel und Entstreuung. Okay. Ich hoffe, die Temperaturen, die sind mir aber relativ egal eigentlich. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Muss ich da rinnte? Ja, komm, 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 komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell, schnell, schnell. Okay, da geht es tief. Das war aber jetzt auch mal ein Trip, muss ich jetzt sagen. Also, wer da nicht schnell reagiert ist, der wird nicht am Arsch. So, wir müssen vorüber gehen. Danke. Kann ich die Tür hier auch öffnen? Also, ich muss schon sagen, egal was der alte Pilot gemacht hat, er war der größte Lappen der Welt, weil ich fand es jetzt nicht gerade schwer. Da würde er sich jetzt... Ich würde mal sagen, ich habe locker einen Monat nicht gespielt. Und ich habe es jetzt nicht schwer gefunden. Ja, danke. Ihr habt mich zwar alle nicht gesehen, aber danke. So. Bin das ich? Ja, muss ich ja sein, ich habe ja die coole Waffe auf dem Rücken. Ich wollte gerade die Kamera bewegen. Natürlich wollte ich das nicht, das ist ein Standbild. Unten links nach wie vor derselbe Text, den wir schon hatten. Habe ich, glaube ich, sogar in der letzten Folge vorgelesen. Ja gut, ich würde dann aber auch sagen, wer ist das hier dann eigentlich mit der Folge? Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.